ja du bist der aufnehmende du sagst an muss ich ja ok moin hallo herzlich willkommen zu einer neuen runde live in the wild live live und nur live ohne werbung ehrlich ich denke wir schalten werbung davor wie soll man sonst irgendwann jemals reich werden damit ja doch machen wir aber live ist keine werbung also werte jetzt hier live bei uns mit dabei dann wäre halt keine werbung wir können aber gerne werbung machen hier fällt jetzt nichts ein aber hier leckere tomaten kaufen sie tomaten ja was genau die mauer wollte ich reparieren was mache ich eigentlich ja ich kümmere mich mal um das zuckerrohr auf jeden und hau mal das zuckerrohr was hier rechts steht das kannst du auch und mit dran ballern was ist bei meiner rüstung steht wisst discount ein prozent dran ist was heißt das denn wissenskosten verringerung vis und dann discount ein prozent weiß ich nicht ganz komisch ganz komisch unser umfang in diesem spiel wird uns noch richtig zerschlagen da ich dir ja hier unten habe ich jetzt körper angebaut ja stimmt ich erinnere mich und oben bei der hütte ist auch noch welche ist das kannst du abbau nach unten bringen weil da wollte ich den aufmachen wenn ich meine hütte baue und das chlor reparieren dieser scheiß ich habe auch übel viel naja stimmt ja ich bin ja alles vergessen das passiert ist ich brauche übel viel zuckerrohr stehen lassen immer ein bisschen den folgen rum geguckt wie stehen lassen egal wir starten ja die zucht und dann ist das doch in ordnung auf jeden fall noch holz für die felder ja ich hole ich hole mal holz wir brauchen glaube ich auch noch heute so für häuser und so ja ich habe draußen regale und sowas oh ja ich sehe es hast du eigentlich mal eine axt ghost town population zwar egal ich habe zwei raffinierte äxte wenn eine brauchst raffinierte äxte hat er nicht denken mit die äxte ja richtig bauen ab das muss nur denken dann bauen schon ab genau deswegen sind sie sind sie auch raffiniert ja eine war cool ja kriegst die angefangen ich weiß doch erst die alten sachen aufbrauchen bevor man was neues anfängt also richtig günther solltest allerdings nicht zu deiner mutti sagen wenn den keller gehen sollt sachen holt könnte zu problemen fischen sie auf die axt hauen habe jetzt meinte auf geil bringt du hast auch meine einmal ne wahrscheinlich so bleibt also die bäume hier so bleiben oder von der stadt direkt davor habe ich gemacht wir machen so eine art allee und sich ausholfen die hab ich einfach nur dahin geballert, weil irgendwo musste ja hin. Am Weg sieht schon echt cool aus, aber, aber ne, 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 lass mal up, du. Wir haben doch noch die, die, die Birken, äh, die Kirschbaum-Sapplings. Die nehmen wir dafür. Oh ja, sehr gut. Geile Kirschbäume. Guck mal, wo die Sapplings bei dir sind, ne? Hm, Fahnen? Schade, dass diese Palmen-Sapplinge hier nicht wachsen. Hast du die bei dir im Inventar? Nein. Ach, nicht ja mal verloren. Ne, ich hab hier Rubber, Birkel. War das nicht der andere Safe? Wo wir den Kühlschrank gefurten hatten? Fuck, stimmt. Ich meine auch, hoffe ich zumindest. Ah, stimmt, da war ja was. Am Maul. Okay, jetzt hab ich die Bäume natürlich nicht geholzt. Scheiß-Boxen hier. So. Ah, stimmt. Ah, ganz vergessen, ja. Wir werden ja zwei. Ah, scheiße. Jetzt hast du die einmal komplett abgelegt. Das ist natürlich bitter. Einmal haben wir dabei. Das nehmen wir mit. Das machen wir gleich noch. Ja, fuck. Geh ich dann nochmal auf eine Reise? Ach, ist ja dumm dann, wenn das nicht zu sehen ist. Aber eigentlich ist es auch egal, ne? Was? Ja, du nimmst ja jetzt auf. In den nächsten Folgen. Ach so, du willst jetzt los. Wenn ich jetzt auf eine Reise gehe. Du willst jetzt los, Güls. Ne, ja, würde ich nicht machen. Ich würde sagen, das machen wir nachdem wir die Häuser fertig haben. Dann können wir... Dann sind die Felder im Grunde auch soweit, Randy, dass wir fette Burger unterwegs für unterwegs machen können. Stimmt. Dann ist das Zuckerrauch gewachsen. Dann können wir ein paar Bücherregale machen zum Verzaubern. Richtig. Ja, stimmt. Vor allem ein paar Bücher. Damit wir halt nicht gleich die Sachen verzaubern müssen, sondern können das... Ah, was mache ich denn? Die Bücher verzaubern. Macht ja Sinn. Ja, ich muss mich da... Oh, aua. Das ist halt weh. Ich muss mich da noch ein bisschen einlesen. Aber ich glaube, wenn man genug Bücherregale hat und direkt 30 Level raufballert, irgendwie die Chance halt sehr hoch, dass man halt Fire-Aspec zum Beispiel über dem Schwert kriegt und sowas. Ja, ich vertraue dem System nicht. Aber du wirst das schon machen. Ja, aber ich glaube, mit Büchern ist es erstmal safer. Ja. Das ist immer, glaube ich, beste Variante. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Weil in Varu sind die ja gerade dabei. Mal gucken, ob die noch Bücherregale kriegen. Dann sehe ich ja, wie das anstatten geht. Wer ist, wo, was? Müsst du ja ungefähr... Bei Varu gerade. Okay. Und des Hangergames mit den YouTubern. Achso. Ja, da geht es ja auch primär um Verzauberung und man halt bessere Ausrüstung hat. Was ist das denn für ein riesen Baum, der hier gewachsen ist? Keine Ahnung. Ist mir aber auch schon aufgefallen. Ja, da ist das Team, was ich halt verfolge, hat halt noch keine Bücherregale, aber die wollen halt welche haben, um das zu machen mit dem Fire Aspect und bla bla. Und dann weiß ich natürlich, wie es ankommt. Wenn ich das dann gesehen habe, genau, dann weiß ich, wie der Hase rennt. Und vorher können wir das ja mit Büchern machen. Hoppeln Hasen nicht eher? Obwohl, wie der Hase hoppelt, habe ich auch noch nicht gehört. Egal. Der Hase rennt. Der Hase hüpft. Wie der Hase pisst. Ja, und hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen. Ist das so? Ja. Hätte, hätte, hätte. Ein, vier, fünf. Hätte meine Tante Eier, wäre es mein Onkel. Ja. Ja, ich weiß das halt so. Ja, das ist richtig, Günther. Ey, diese Scheißhacken, die sind so schnell kaputt, ne? Das ist so richtig abnormal. Vielleicht sind es doch einfach nur so viele Felder. Ja, das ist man gar nicht mehr gewöhnt, du, wa? Nee, ich habe Pipos Level 10 Haltbarkeit Diamantspitzhacke. Äh, nee, Diamanthacke. Die Spitzhacke habe ich ihm nicht geklaut. Was meinst, die du da Felder anlegen kannst, ey? Das läuft. Ja, vor allem, die habe ich da reingepackt, in die Kiste da bei dir, weil er da gestorben ist. Aber er war zu faul, es abzuholen. Und hat die Schäden nicht beseitigt, also kann er mich mal. Ja. Aber er war damit einverstanden, wenn ihm die Sache geklappt hat. Habe ich ihn aber auch gefragt, und er meinte, nee, nee, das war es schon. Ja, ja, am Arsch. Weil die Creeper ja einfach so explodieren, wenn da keiner lang geht. Das kenne ich, das Problem. Apropos Schäden, hier ist auch ein Creeper-Lochs manchmal zu. Noch das. Das brauche ich noch. Ich brauche noch eine Hacke, genau. Ich habe eben drei Hacken schon wieder durchgebraten, ne? Vor allem raffinierte Hacken auch noch. Das ist ein anderer raffinierte Hacken. Dem, dem, dem Hacke ist neben dem Schlitzohr. Ja, das ist ein ganz ausgekochtes Schlitzohr. Ich sage dir dem. Und da ist meine letzte Schaufel kaputt. Aber dem, 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 dem Pelven ist natürlich auch ein Schlitzohr. Oh, er hat natürlich ein Crafting-Derry und Eisen und Sticks dabei. Hat er? Hat er, hat er. So, Satzung welcher Samen. Ja, Getreide, aber die brauche ich nicht mit den großen. Ich schluss mal, wie weit das da ist. Oh, das wird dunkel werden, tu. Ja, das tut es. Ja, das, die Felder wachsen und gedeihen. Das sieht doch gut aus. Vor allem, wenn das abgeerntet ist, ey. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Einmal runterwäschen und dann ist erstmal Ruhe da mit Getreide. Dann hat sich die Sache erledigt. Boah, besser ist er, du. Auf jeden. Das ist jetzt Korn. Ach ja, Alkohol konnte man nicht. Äh, ich komme mal zurück. Ja, mach das. Ich komme mal zurück, ja. Ich habe auch gar keinen... Ähm... Ja, dann hauen wir uns kurz ins Bett. Essen mehr. Da kommt er auch schon. Lauf, Forrest, lauf. Du, ja, du, ja. Ein Templer. Was? Ja, du. So. Ja, ich vergesse mal, dass ich diese Rüstung an habe. Ab in die Gouje. Aber mit den Bögen muss ich aufpassen. Mit dem knapp vorbeischießen hat dich ja schon ein paar Mal das Leben gekostet. Werf mal ein bisschen Holz rüber, was du übrig hast. Für die Felder, genau. So wie. Ach ja. Jetzt kurz gucken, dann zeige ich dir, wo ich meine Hütte hinbauen will. Ja. Das war ein bisschen begradigt, habe ich schon. Warte. Hier oben im Grunde. Ja, alles klar. Da kommt hier so ein fetter Turm wieder hin. Da habe ich richtig Bock drauf auf Turm bauen. Hm, dann baue ich meinen, glaube ich, da hinten an in die Ecke. Joa. Passt doch. Aber ich muss erst mal ein bisschen Schönheitsarbeiten. Gucken, ob ich die Hütte heute anfange. So, erstmal die Schäden beseitigen. Scheißogra. Vor allem, dass der einfach so wumm durch die Mauer durch ist, ne? Finde ich richtig krass. Der war eigentlich kaum an, ey, vor das Riesenloch da in der Mauer. Die ganzen alten Fetzen da rum. So, legen wir erstmal ein bisschen Korn. Aber wir haben sogar 18 Neder. Krass. Können wir richtig ordentlich Bücher mitmachen. Verdammt. Ey, wie da raus den Schund. Ich habe einen Creeper-Kopf. Ja, habe ich gefunden. Cool. Oh. Creeper wohnt jetzt hier. Die zwei Bacon-Cheese-Bar, kann ich mir nehmen? Einen auf jeden Fall. Okay. Einer ist gar kein Problem. Hä, da waren doch eben noch drei, oder nicht? Einer ist gar nicht hier, oder nicht? Maul. Okay. Bone. Bone. Bone mit Summengrün. Bone. Bone mit Summengrün. Habe ich auch dabei. Bei Fitness zu gut. Ich mich gerade am Umziehen. Kommt da ein Typ da rein. Irgend ein Scheißgequatsch. Ich dann nur. Ja, ja. Und dann haben wir da bestimmt zehn Minuten uns irgendwelche Werner-Zitate an den Kopf geworfen. Ich habe den Typ vorher noch nie gesehen. Tschau. Der Effekt hat zu singen, dass ich der Röhrig bin. Witzig. War richtig witzig. Aber so ist das. Das sind ja die kleinen Freuden des Lebens. Wenn irgendwer in die Umzeile reinkommt, wer Werner-Zitate raus hat. Ja, das ist echt ein bisschen ärgerlich mit dem Dorf hier. Dass die Bewohner weggekriegelt sind. Ja. Ja. Auf jeden. Etwas ungünstig. Scheiß drauf. Ich lege hier die ganzen Felder neu an. Ein bisschen. Oder? Eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Ah, Maul. Was habe ich drüben eigentlich reingeballert? Garden Proxy. Ach, das ist die Mumpitz-Erde. Irgendwas habe ich da reingesetzt. Wächst die denn einfach so? Das ist ja Kompost-Unkraut. Mumpitz. Naja, was soll ich so. Ja, mal gucken. Können wir das nächste Mal in eine andere Richtung laufen? Vielleicht finden wir ja noch ein Dorf. Und dann karren wir Dorfwohnen halt hierher. Mit Schienen? Auf jeden. Säg so aus. Ah, ich mache das. Ich mache das, wenn du ja mit Aufnehmen dran bist, dann mache ich nicht. Das ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Bin ich ja gewohnt. Zucchini haben wir hier. Sind das jetzt die Zucchinis? Erde. Erde. Dann reißen wir hier die Zucchini raus. Dann pflanzen wir hier Zucchinis. Alles fertig. Ach so, meine Rüstung. Meine alte liegt da noch drin, ne? Kannst du nehmen. Ach so. Ja, stimmt. Da war ja was. Ja, momentan, wenn wir hier am Bauen sind, brauchen wir noch nichts. Doch, deine Hose habe ich mir ja letztens geklaut. Ah ne, du meinst deine neue Rüstung, ne? Meine neue alte, ja. War es gut, ja. Meine Hose ist leider das Einzige, was ich nicht bekommen habe von den Pimmelbergers. Ja, da habe ich ja eine Kupferhose, das sollte fürs Erste reichen. Was ist denn mit Hasi los? Ist das Hasi? Ne, der Hasi ist da hinten. Das ist Hoppel. Hoppel ist unter den Blöcken. Hoppel. Hoppel gerät unter irgendwelche Erdlöcher. Oder gräbt sich da ein? Ist der am Graben? Ist der Hoppel am Graben? Ja, der hüpft die immer rum und dann bleibt er irgendwie im Block stecken. Sieht ganz interessant aus. Bauen wir da hinten. Dann knallen wir hier Zwiebeln hin. Ich weiß nicht, ob wir so viele Zwiebeln brauchen, aber Zwiebeln ist gut, das ist gesund. Und da wird das auch angebaut. Ah, und es fehlt natürlich genau eine Zwiebel. Ah, ja, klar. Mürn. Das hier war ja der Dingsplunder. Aubergine, oder was? Das ist Eckplant. Ich vergesse es auch immer. Die kommt auch mal hier hin. Mal gucken, was passiert. Die Teile weg. Ist ja auch ganz wichtig. Man muss ja auch die Felder immer mal ein bisschen anders sehen, sonst wächst das Zeug ja nicht so gut drauf. Vier Felderwirtschaft ist das ja. Weizen. Dann irgendwelche Erddinger, so wie Kartoffeln oder sowas, glaube ich. Dann Möhren. Ach, keine Ahnung. Dann soll man mal gar nichts machen und dann wiesen und dann wieder von vorne. Damit sich die Felder halt auch wiederholen können. Weißt du also Bescheid, Schätze mal. Alles klar. Hoppen, erklärt die Welt. Guck mal, hier ist ein Möhren schon rein. Nein. Der hat schon wieder eine Möhre gefressen, ne? Ich weiß nicht, was der an den Möhren findet. Die zweite war mit Absicht. Möhren. Warte mal, wir lassen was mal drin. Jetzt bringt das nichts. Dann ziehen die Kartoffeln drüben hin. Schau. Wir haben ein bisschen die Erde am Angleichen. Im Ghost Town. Ich habe schon eine komplette Schaufel zerrockt. Wir haben gerade mal angefangen. Das geht schnell. Da sind hier Kartoffeln hingepflanzt und keine Tomaten. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, es ist Paprika. Da sind die Tomaten. Die sind Rabattgebrochen, sie haben keine Schere da. Genau daran musste ich auch gerade denken. Ja, die tauschen war, wenn die soweit fertig sind. Und dann passt das doch schon fast. Dann haben wir da drüben die Karotten. Hier die Kartoffeln. Das Getreide muss hier eigentlich noch weg. Die Kartoffeln hier auch. Aber hier ist auch noch viel frei. Mais ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man so für zwischendurch snacken gut verwenden. Wow, ich habe schon zwei Schaufeln durchgejagt. Das ist sowieso keiner. Nee, auch nicht. Gucken, ob das mit dem Plunder hier irgendwie funktioniert. Kürbis. Oh ja. Hä? Nee, doch nicht. Das ist Drecksplugin. Schöne Reihe Kürbisse hin. Sehr schön. Die anderen beiden hier auch abreißen. So, perfekt. Ich nehme nicht mehr Platz für meine Bohnen, wenn die endlich mal hochwachsen. So, das passt. Das passt alles. Kompost ist am Müffeln. Das ist auch wichtig. Ich habe jetzt echt vor dem Creeper-Kopf erschreckt, ne? Egal. Weil nur weil es nicht gut riecht, heißt ja nicht, dass es nicht gut schmeckt. Kann man jetzt vielseitig... Welche Sache? Der Creeper wohnt jetzt hier. Ja, ist in Ordnung. So. Dann Kornbrot. Ja, also für so ein bisschen Futter zwischendurch am besten das Kornbrot auffressen. Jo. Dann werden wir auch in Zukunft noch ein bisschen mehr kriegen. Ach so. Ja. 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 Alles gut. Gut. Feld ist erstmal soweit bestückt. Dann mache ich mich mal in der Arbeit. Mit meiner Hüte. Hast du noch ein bisschen Holz rumfliegen irgendwo? Hast du eine Kiste geballert oder hast du es dabei? Ich habe noch was dabei. Haben wir sonst nichts mehr? Ne, ich habe das alles in die Felder geballert. Ich bin zwar fast fertig, aber ein bisschen was fehlt noch. Ja, können Sie zu einer Hütte treffen. Eben gehen. Oh, wird schon wieder dunkel. Mhm. Ja, ist gut. Wo habe ich jetzt die... Ja. Hallo. Yay, Holz. Holzi, 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 holz. Das ist nur Mumpelsbrot. So. Dann können wir uns jetzt einmal pennenlegen. Hey, geht sogar. Jo. Hä, liege ich denn da jetzt? Irgendwie in der Wand drinnen. Guck mir die Fackel an. Dann geht's los. So, zack, 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 zack. Erstmal gießt. Boah, haben wir eh alles ausgeleuchtet. Perfekt. Perfekt. Die Knöpfe weg. Hier lebt eh nichts mehr. Kann auch nichts nerven. Ach. Du kriegst Hose mit Knöpfen. Ich mach Nägel mit Köpfen, ja. Weißt du schon. Ich dachte, es kommt jetzt so ein Ja, das tust du. So. Nur außen mach ich keine hin. Hä? Hä? Ich hab mich behindert. Hä, alles gut. Das ist Unkraut hier überall. Ich mein, nur einen Block kann man setzen. Erde. Sterraform. Oh, verpisst euch hier. So nutzlose Pflanzen. Hängt die grünen, solange es noch Bäume gibt. Ja, soviel dazu. Gut, ja, fangen wir jetzt an mit Haus bauen. Besser ist das vielleicht auch. Na, ich hab jetzt auch schon mal die Grundfläche von meinem Haus. Geterraformt. Sehr schön. Dann kann das auch bald losgehen. Ist das auf der Ebene oder mach ich nur eine Höhe? Ich muss mir das hier jetzt überlegen. Ah, no. Ja, was soll's. Setzen wir erstmal hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mach auch erstmal hier draußen das Kackloch weg. Das Kackloch. Ja. Schlimm. Mach das, mach das. Scheiße aussehen für den Boden. Ich weiß noch nicht, was für den Boden da reinhauen. Aber erstmal ist wichtig, dass die Erde wegkommt. So. Hier kriegen wir ja Schaden, wenn man da rein springt. Ist ja widerlich. Ja, ist halt die Flöpfe. Das ist gutes Pyramidenbräu. Musst du mit dem Eimer rausleveln. Alter. Schau, ich sterb gleich. Ich hab nichts mehr zu essen. Boah, das war knapp. Ein gefährliches Kackloch. Hallo. Hallo. So, da hol ich erstmal schwarzes Granit. Oh, das war einfach. Ich hab gedacht, ich müsste tiefer rein. Ja. Halte. Aul. Ja, nix. Wenn die Hütte fertig ist, dann müssen wir erstmal ins End. Ich brauch Fackeln. Äh, Fackeln sag ich schon. Ich brauch Banner. Kann man sich auch craften. Nee, das geht nicht. Ich find die aus dem End, die haben so eine super Farbkombi. Die sollten wir schon verwenden. Meinst du aus dem Nether? Nee, ich mein schon aus dem End. Äh, aus dem End. Ja, stimmt. Dieses Mal hab ich in Mumbl's gemacht. Ich hab's mal richtig gemacht. Ja, und wenn du es sonst immer falsch sagst. Wie ich von Wartstoffen ausgegangen, dass es falsch ist. Normalerweise hast du da ja auch recht. Ah, was ist denn das? Hier Unkraut auf den Stufen. Mann. Ah, jetzt muss ich darunter auch weggraben, oder was? Ah. Dieser Plunder. Unverschämt. Ja, wenn du Treppen auf Erdblöcke setzt und da ist Rasen drauf, dann wächst das durch die Treppe durch. Zumindest ob denn. Echt? Ja. Das geht gar nicht. Meine Treppenstufen sind gepflegt. Da wächst kein Unkraut. Vielleicht da wegges Kies. Nein. Sicherheitshaber. So nicht. So nicht. Nicht mit mir. Das wird alles asphaltiert. Hier kommt ein Barplatz hin. Auch wenn es hier keine Autos gibt. Ganz ehrlich, wenn du nicht zusätzlich was bezahlen müsstest, weil du deine Rasenflächen alle weggeballert hast, müsste man sich eigentlich den ganzen Rasen asphaltieren und grün anmalen. Kein Unkraut zupfen mehr. Der Ball rollt auch vernünftig darüber. Klar, wenn ich auf die Fresse liege, tut es halt ein bisschen mehr weh, aber da muss man halt Kompromisse fassen. ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, so ein schöner Asphaltgarten, das hätte doch Gesicht. Auf jeden. Die baue ich in die Treppe von da. Zack. So, also das ist schon mal der Grundriss von der Hütte. Das ist schon mal gut. Oh. Und wenn kommt der Eingang ja dann hier drüben hin? So, weil hier ja so zacko und so. So. Nein. Ah, verdammt, das waren ja die guten Blöcke. Ich reiß einfach nur einen ab. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, mit einem das reicht. Normale Tür, keine Doppeltür. Aber von innen. Ja, perfekt. Machen wir noch eine zweite Schicht hier mit. Und dann geht's mit. Oder? Nee. Ja, ich weiß nicht. Scheiße, ey. Ich hab schon wieder unbedingt ein Lager. Du kannst dir eine Bank bauen. Ja. Kann ich machen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Richtig. Obwohl es ja hier viel einfacher ist. Die ganzen Systemen, die es hier gibt. Ich glaub, das ist einfachste wäre. Da braucht man das ganze Filtersystem ja gar nicht mehr, was wir haben. Okay. So easy is that. Ja. Gut. Da sind die Erde rum. Und warum hast du eine Maske auf? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, dann blasen wir doch ein. Liegt hier Stroh. Du hast eine Maske auf. Ja, stimmt. Hast recht. Verdammt, wie viel schwarzen Kran nicht brauche ich denn? Ja, okay. Ich will ein Haus bauen. Eine ganze Menge also. Ja, ich sammle auch erstmal. Wie hoch mache ich den Kram denn? Eins, zwei, drei. Vier. Decke wären fünf. Obergeschoss. Ach nein, der ist ja gerade. Fuck. Das heißt, ich müsste, wenn ich Balken ziehen will, die... Kriege ich den nicht noch ein? Länge? Weiter. Hier ist es kürzer. Gut, dann gibt es halt keine Balken zur Halterung. Aber einen akkuraten Holzfußboden. Hier wird nämlich Parkett verlegt. Kein Laminatplunder. Richtig dick Parkett. Hier einen Meter breit. Das hält. Gut. Man sollte es vielleicht nicht direkt auf Erde setzen, aber... Bei einer Meter dicke hält das ein paar Jährchen. So, ich brauche nicht so viel. Fuck. Vielleicht sei Tatsache, dass trotzdem hier die Treppe hoch muss. Ah, verdammt. Wann ich noch mal ein bisschen Co-Limit, wenn wir schon mal hier sind? Auf jeden. Co-Limit kann man nicht genug haben. Irgendwie ist gerade ein Stack schon wieder verschwunden und wieder aufgetaucht. Ich glaube, dass diese Autos... Ja, genau. Diese Autoaufschwünsche auch schon. Manchmal will ich die nicht so ganz. Vier. So, perfekt. Ein 64er Stack. Mit was brauchst du? Auch mit schwarzem Granit? Nicht nur. Also eigentlich nur für die Küche und fürs Bad. Und Eingangsbereich vielleicht noch. Aber sonst auch? Also als Boden. Sonst auch Holz. Und Wände wären bei mir weiß. Weiß. Das ist doch gut. Black and white. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Die Gegensätze ziehen sich an. Ach so. Okay. Das war Michael Jackson gerade, das kennst du auch. Ah, verdammt schon wieder der Knöchel. Mist, es ist dunkel, ne? Und ich renne raus. Jetzt muss ich in die Hütte hüpfen, weil ich mir die Knöchel verstaucht habe. Dann ab ins Bett, bevor das schlimmer wird. Jo, weißt du, unterwegs. Immer muss man auf Marten warten und ab und an aufhalten. Dieser Kriperkopf ist echt wützig. Sieht man schon von Weiben. Das war eigentlich vor die Stadt machen. Dann mach ich gleich mal. Achso. Nee, lass mal, wir wollen noch neue Einwohner kriegen und die nicht alle gleich wieder verscheuchen. Dann wissen sie gleich, womit sie es zu tun haben. Ja, aber wenn das ein anderer Kriper sieht, dass er hier seine Artgenossen so verspotten, dann holt er Papier. Sehr gut. Von wegen, der wird an den Bauern vorne gehängt. Nee, schmeißt mir Holz hin. Ciao. Halt. Du hast ihn aufgesetzt. Da. Schwumm. Ich war eigentlich auch so schnell. Schwumm. Ja, langsam explodieren kann ja jeder. So, genau. Wir brauchen noch mehr schwarzes Granit. Treppenstufen. Erstmal noch mal ein bisschen schwarzes Granit fahren. So. Sieht echt cool aus. Ja, und ich hol mir Marble. Marble. Ich hoffe, das ist auch der Richtige. Es gibt hier nämlich so ein geiles Item. Nennt sich Schizzle. Schizzle my nizzle. Genau das wollte ich gerade sagen. Damit kann man, so ein scheiß Wildschwein hier am Maul. Damit kann man Blöcke verändern. Zum Beispiel Fackeln kann man dann zu Laternen machen und so. Du kannst auch Laternen craften, ne? Ja, aber kannst du einfach Fackeln craften und die dann umschüsseln zu Laternen. Und so kannst du quasi auch Erde verändern zu anderer Erde und sowas. Und dafür brauchst du dieses Schizzle. Achso, das war das. Ja. Das ist das falsche Marble, was hier ist. Kacke. Oh, Diurid. Marble, Sword, oh, cool. Das war doof. Ehrlich? Welche Version ist das hier? 1-7 von Minecraft, ne? Ja. Da gab es schon Diurid? Kann sein. Aber vielleicht ist das auch alles eingefügt worden, ne? Brauch sein. In Raids in your world. Stimmt. Scheiße, das ist das falsche Marble. Schizzle 2. Das ist natürlich kacke. Ja, genau, das. Wo hast du das gefunden? Ah, hier. Marble, Schizzle 2. Also das ist Diurid, Schizzle 2. Ah, okay. Ah, ich hab das richtige Marble gefunden. Gut, es ist ein bisschen dunkler. Ah, ich hab sowieso keine Ahnung. Seitdem es, seitdem man, äh, seitdem es Sandsteinblöcke gibt, ist das sowieso alles für mich ein Euland. Also ich mein die, die richtig in der Welt generiert wurden. Nicht, dass man Sand zu Sandstein kräften kann. Das gibt's schon länger. Das ist auch mir noch bekannt. Nein, aber zu dem Zeitpunkt hab ich ungefähr angefangen mit Minecraft zocken. Von daher ist mir das doch so präsent in den Augen. In der Auge. Präsent in die Auge. Mal erzählt die Geschichte, ne? Ja. Das ist gar nicht so lange her. Mit dem Server, ne? Das ist ja auch mehr. Ja, war halt super witzig. Ich hab halt auf irgendeinem Server von einem Kumpel, der hat halt einen gefunden, da haben wir halt dann gezockt. Und ich wollte dann, weil's gerade neu war, ein Haus aus Sandstein bauen. Und hab dann am Strand angefangen und einfach alles im Umkreis von bestimmt 400 Blöcken an Sand am Strand einfach weggegraben. Also hatte ich ein super Sandsteinhaus, was einfach so in der Pampa war, wo alles scheiß aussah, weil kein Sand mehr da war. War schon ganz lustig. Ja, den Server inhalte ich mich auch noch. Das war da mit der Autobahn. War da auch mal. Ja, da hab ich, als ich angefangen hatte, hast du mich ja darauf auch eingeladen und dann, genau, da habt ihr gerade die Autobahn angefangen. Und vorher hatte ich auch schon gesehen bei dir, wo du da auf dem Server gespielt hast, wo du die Brücke gebaut hast. Aus dem Dorf raus. Einfach so mitten, so richtig geiles Dorf, sah da ganz cool aus. Es war einfach so eine Cobblestone-Brücke so raus, so richtig hoch. Nee, nee, die Sache war ja anders. Ich hatte die Brücke gebaut, da war da noch nichts. Ach so. Aber die hatten genau dort vor, den Marktplatz zu bauen. Und als die dann angefangen hatten, war halt schon diese riesige Brücke da über die Pampa, keine Ahnung, welcher Höhe. Ja, okay. Und dann haben sie, ciao, ja, abbrechen können wir sie jetzt nicht, dann machen wir halt jetzt unten den Grab. War halt ganz lustig. So. Oh, machen wir jetzt was hin? Hier ist mein Crafting-Table. Hier haben wir eine Kiste und hier eine Kiste. So. Ich glaube, ich mache das so, dass ich jetzt die Materialien farme für das Haus und das Haus dann baue, wenn ich wieder dran bin, mit aufnehmen. Wenn man das auch sieht, was ich da hochziehe. Wenn man jetzt deins, wie du deins hochziehst, und dann man mal eins, wie ich meins hochziehe. Das ist doch eine gute Idee. Ja, dann kann ich bei der nächsten Folge ja durch die Pampa dann ziehen. Also, was heißt nächste Folge, Session, bla, wenn meine Hütte jedenfalls steht. Dann ziehst du dein Haus hoch und ich gehe ein bisschen erkunden. Oh, nicht Chlor. Würde ich mal behaupten. Mach ich doch nur eine Einblocktreppe. Ja, so können wir das machen. Dann kann ich dir auch die Koordinaten von dem Labor geben. Dann kannst du die Intems nochmal holen von. Der war ja voll beladen. Klingt gut. Gut, dann wird die Treppe einfach auf. Maul, egal, passt schon. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zu den Templern. In den Drogenwald. Du willst doch nur eine Hose kriegen. Richtig. Die hat keine Hose. Die hat keine Hose. Was ist das? Ja, sehr schön. Als Absicherung braucht man immer ein Geländer. Ich habe zwar nur eins, aber egal. Bei Abends Geländer kriege ich mal einen Ständer. Okay. Was? Nix? Ja, ist okay. Ich habe das ganz genau gehört. Nix. Er sagt nix. Ja, wenn... Wie lange sind wir jetzt... Ja, dem wie ich schneide. Schneidemeile. Oder wollen wir gleich mal Pause machen? Als Folgen-Cut-Schnitt. Ja. Wenn die Folge hier rauskommt, ist nämlich gerade der zweite Weihnachtsfeiertag. Das heißt, ja, wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Fest. Ich nicht. Da hätte ich natürlich auch. Ich habe viele Geschenke bekommen. Ich nicht. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch Geschenkte. Mutter schenkte euch das Leben. Naja. Naja, gut, ja. Frohe Weihnachten und so. Ja, so ist das. Ja. Guten Rutsch. Wer weiß, wenn die nächste Folge kommt. Guten Rutsch. Guten Rutschigen. Ja, können von mir aus hier gerne einen Cut machen. Ich bin hier gerade fleißig am Bauen. Das passt schon. Ja, machen wir so lange, bis es wieder dunkel wird. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ja, ist gut, ja. Dann baue ich hier noch so lange ab. Spitzhack ist auch gleich hinne. Dann passt es. Ach, die Spitzhacke ist gleich hin. Ah, jetzt wird schon wieder kein Dings mehr. So. Komm ich mal zurück. Ah, ich hasse es. Diese scheiß Deckfunktion. Irgendwie spackt die richtig rum. Ja. Sag ich ja. Ah, ich nehme hier nochmal Leben mit. Was brauchen wir nämlich noch für Dings? Für Deko-Craft. Dekoration machen und so. Da brauchen wir Leben für. Okay. Meinst du, die haben das mit Absicht gemacht, weil es so schwer zu finden ist? Oder weil es so wenig gibt? Geiler. Also man braucht Lehm. Und grün. Rot, blau glaube ich. An Habstoff. Also richtig viel Blumen und so kann man dann da reinpfeffern. Ja, ist cool. Ah, scheiß Strömung. Ich muss da eigentlich schwarze Granit. Das wäre echt cool, wenn sie es in den richtigen Minecraft einfügen. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Richtig. Geil. Ja, allein diese ganze Block-Vielfalt, die es da einfach gibt. Oder Item-Vielfalt. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Joa. Joa. Ey, pff. Was es hier jetzt gibt, ist es vielleicht ein Zehntel oder so? Überhaupt. Warte, kann ich die Leiste ganz sagen. Erste Seite ist Standard, mehr oder weniger. Zweite. Ah, die dritte auch. Ich meine jetzt alleine auch von den Muts her und so. Dein Tinker ist ja schon so richtig heftig, was man da an Items machen kann und so. Standard. Ah, ist nicht so weit. So, zack. Ne, sind da. Ja gut, ich sag mal zum Aktuellen, da hast du jetzt ja doch, es kam ja doch noch einiges dazu. Also hier bei der Version hast du drei Seiten Original-Items. Das ist aber drei mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14, 14, 14, 16, 17, 18, 19. 19 mal zwölf mal drei sind eine ganze Menge. Oh, es ist dunkel. Das ging ja schnell. Ey, du Penner. Ich hab das gelaufen. Ey, die Spitzhacke. Cool. Du hast mir den heimlichen Block hingesetzt, ne? Was? Ja, ja. Ich kenn doch, ich kenn doch meinen Palter am Gang, du. Ach Gott, ich lieg schlägst im Bett. Wart auf dich, mein Mäuschen. Die komm ja. Eins, zwei, drei, ich schlafe. Geil. Bei round about 20. Ja. Das heißt, es war die jetzt. Dann sind wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also so 600 Items gab es in 1,7 ungefähr. Okay. Und bei Live in the Woods ist ein Drittel davon, da sagen wir mal so 70. 70 mal 80. 7 mal 8. Verdammt, ich könnte das eigentlich mal. 8 mal 64 minus 8. 560. Genau. Und hier kommen nochmal, ne, 5600 kommen hier nochmal hinzu. Oh, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ich muss sagen, so ein paar Sachen finde ich auch übertrieben, ne? Also das hätte man vielleicht irgendwie noch, ich weiß auch nicht. Ja, besser haben und nicht brauchen, als brauchen wir nicht haben. Ja, aber ich sag mal, du, du fällst draußen unglücklich einmal auf über so ein Grashalb, ne? Und schon ist dein Inventar voll. Ja, stimmt wohl. Aber dafür gibt's ja die Rucksäcke. Ja, wenn wir die mal craften würden. Ach, genau. Ich hab mir extra schon den Fahnen geschnappt, weil ich das mal ausprobieren wollte mit dem Knochen mehr. Aber, das gibt's nicht jetzt zu sehen, sondern in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Jawohl. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020